Nordrhein-Westfalen fordert neuen Bonn-Vertrag. Zwischen Bonn und Berlin herrscht reger Pendelverkehr, seit der Bundestag vor 25 Jahren umgezogen ist. Steuerzahler mögen fragen, ob das sein muss. Die Antwort steht fest. Ein Gesetz sichert Bonn die Arbeitsplätze. Nun will Nordrhein-Westfalen einen Zusatz aushandeln. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will mit der Bundesregierung bis Ende dieses Jahres eine Zusatzvereinbarung zum Berlin-Bonn-Gesetz aushandeln. Ziel sei es, Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum zu stärken, kündigte der CDU-Politiker an. Außerdem solle Bonns Position unter anderem als U-Bahn-Standort- und Kompetenzzentrum für Zübersicherheit ausgebaut werden. Am 26. April ist es 25 Jahre her, seit das Berlin-Bonn-Gesetz verabschiedet wurde. Wir bereiten uns auf Gespräche mit dem Bund in einem überparteilich organisierten Austausch mit Vertretern der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften der Region Bonn, sowie der Landesregierung Rheinland-Pfalz vor, sagte Laschet. Wir werden diese Vision bis zum Sommer weiter konkretisieren und wollen mit dem Bund bis Ende 2019 Ergpunkte eines Bonn-Vertrags verhandeln. Das Bonn-Berlin-Gesetz sollte die Aufteilung der Bundesministerien zwischen den beiden Städten regeln und sah vor, dass der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in der Bundesstadt Bonn erhalten bleibt. Das ist allerdings schon seit 2008 nicht mehr der Fall. Es gibt eine starke Sockwirkung nach Berlin. Vielen Dank.